Okay Jungs, komm weiter geht's, weiter geht's. Sarazahn beschützen. Das ist der Job eines Bodyguards hier. Okay. Wir haben die Challenge eigentlich schon längst geschafft, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ne? Also diese fünf Minuten haben wir durchgehalten, würde ich aber auch behaupten, ne? Ja, locker, Alter. Ja, glaube ich auch. Ah, ja, Sarazahn. Okay, jetzt müssen wir... Ah, Tobi, du Schwein. Ah ja, war schon ein harter Tag in der letzten Folge, ne? Ja, war schon echt hier, ne? Also ihr seid jetzt hier die Leibwichter-Gang oder was? Und ihr müsst auf mich aufpassen, hab ich gehört. Und ich zahle euch 2,50 Mark die Stunde. Ey, ihr Splasher! Wir haben einen Einsatz vor uns! Oh, da oben kommt der Dennis. Was machst du denn hier, Dennis? Hör mal, Jungs, ich bin vom B-Team, Mann. Hör mal schwingst hier mal wieder. Hör mal, oooh. Ich hab einen Anruf bekommen. Wir müssen zur heiligen Militärstützpunkt und dann mal richtig aufräumen, ne? Kommt rein in die Kiste. So, heiligen Militärstützpunkt. Alles klar, mich guck mal, der Gerhard, Alter, kann mal wieder auflegen. Wir kommen! So, alle rein! Der Gerhard! Der Gerhard, der Gerhard, der Gerhard. Der Gerhard, ich bin dann geschützt, Alter, wie schön ist das denn? Wir waren da pro Pilot. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play GTA Online Ben, mit dem Mafu, dem Currywurst, dem Benny, dem Tobi und dem Bronzerwirt. Als Special Guest. Ey, da kommt Mike Aubern. Ey, Slay-Messe, Benny. Könnt ihr mich mal aufpicken, da? Ey, und Mike ist auch da, wer auch immer das ist. Liebe Grüße, Mike. Ganz kurz nur, guck mal, wie armselig der Bronzer versucht die ganze Zeit in einen Hubschrauber zu kommen. Seht ihr das? Ben, geh mal ganz nach hinten vom Dings, da steht noch ein Hubschrauber. Den kannst du nicht mit dem Curry teilen. Ben, du musst das auf jeden Fall lauter machen, dein Mikro. Du bist schon der letzte Folge so unsagbar leise gewesen, dann hält man hier nicht aus. Ben, wir teilen alles. Ich bin doch mega laut auf meinem Input. Ja? Ganz, ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ah, guck mal, da unten fliegt der Mike auf unserer Yacht, unsere schöne Yacht liegt da unten. Und wir... Ey, wer fährt mit dem Jetski da rum? Warte mal. Mach ihn fertig. Das ist einfach so, Dennis. Das sind einfach... CPU vor allem. Oh, Jetski habe ich eben auch gemacht. Hey, Tobi, du musst länger gedrückt halten, ne? Ja, ich weiß, aber da passiert nichts von. Und weiter geht die Reise. Warte mal, ich flieg mal ein bisschen weg. Tschüss, Ben! Ich glaube, der Heli ist kaputt, oder? Der liegt auf der Seite. Jetzt! Oh, du Scheiße! Wie fail war das denn jetzt? Was denn, Curry? Ich wollte einen mega geilen Jump machen, aber ich bin dann voll hängen geblieben. Ja, ihr braucht einen neuen Heli. Ben, könntest du mich kaputt... Boah, guck mal nach hinten, Jungs, wie geil sieht das aus. Alter, weißt du, was wir jetzt machen? Wir kommen nicht mit dem Heli, wir kommen mit dem Titan, Mann. Die richtige Armee. Ja, ich... Wo ist der Curry denn? Ich bin in... hier... Ja, warte, was... hast du... Tobi! Ja, was haben wir vor heute, ne? Was haben wir vor? Wir wollen zur Militärbasis. Es ist nämlich ein Wunsch aus den Kommentaren gewesen, dass wir uns alle als Military-Soldaten anziehen. Sieht man ja auch. Außer, Dennis und ich sind alle im Military-Look. Das liegt daran, weil wir VIPs sind und die Jungs, die anderen, unsere Leibwächter. Es gibt so eine Einstellung mittlerweile im Spiel. Da kann man das machen, da kann man auch verschiedene Sachen irgendwie klären. Aber wir haben heute was vor, wir wollen zur Militärbasis düsen, brettern. Ja, ja. Bin ich dann Weibwächter? Ja, Weibwächter. Du bist Girl. Du bist das hottest Girl als Leibwächterin. Curry ist eine richtige geile, äh, der Tobi ist eine richtig geile Kampfsaue. Aber Curry hat halt mehr die würzige Note. Ja, auch im süffigen Abgang, hör mal. Ja, du bist süffig, hör mal. Ja, aber wir wollten zur Militärbasis rüber düsen, ja, und da wollten wir ein bisschen Unfug, sondern den Hangar irgendwie halten, das war ein Wunsch aus den Kommentaren. Dachten wir, ich habe das coole Challenge, machen wir das doch mal und flitzen da jetzt mal rüber. Natürlich wird es jedenfalls funktionieren. Also der wird nachher mal nicht von mir kommen, der Bronze, ne? Ey, ey, du fliehst es, Alter. Hier piepst es. Hä? Was ist das, hat jemand das Radio gerade angemacht? Achso. Geil, Mann, ich fahre jetzt unten rum. So, mal, wer hat denn da gerade das Radio angemacht? Bronze beirrt. Kann sein, dass ich das war. Ja, Alter, hast hier ne Lose. Hey, Bronze, tanz, Junge, tanz. Hey, wo seid ihr denn gerade? Benni, baller mal mit dem Dings drauf, mit dem Raketenwerfer, go. Oh, der arme Benni. Kann ich nur rumsitzen. Nein, Benni, du als Co-Pilot kannst du mit dem Raketenwerfer rumballern. Oh Mann, Benni. Ja, wie geht das? Wie geht das nochmal, Curry? Ach ja, ich hab's. Okay, dann holen wir den Benni. Leute, wir sind ja eine Armee-Truppe. Mach mal den Evil Benni. Komm, mach mal den Evil Benni. Alter, wir sind doch eine Armee-Truppe, Mann. Wir können doch nicht gegen die Bankenboden zählen, ey. Brenne. Warte, ist denn jetzt los? Bronze beirrt. Das verstehe ich auch nie, wie man auftauchen kann. Es gedrückt, also bei, das ist ja drüber. Boah, Alter, was hier abgeht, ey. Okay, Leute, ich bin unterwegs. Titan ist unterwegs. Ja, wie willst du den Bronze jetzt? Achso, landest du jetzt am Strand oder was, Curry? Ich lebe. Ich mach das schon. Nick Curry, Nick Curry, komm, flieg in den Hangar rein. Wir haben eine Mission. Ich muss ja den Bronzer aufsammeln, da. Der passt doch hier nebenher rein. Achso, du bist ja im anderen Heli, stimmelt. Der Heli kannst du vergessen, ey. Wir warten noch ganz kurz auf den Curry. Der kommt jetzt mit einem dicken Titan. Eine richtige Armee-Truppe braucht einen Titan. Heli von Sinnen. Ja, ich flieg gerade rüber hier. Heli von Sinnen. Oh, geil. Ey, wer ist da ein Heli da oben da? Ach, ihr schon wieder da? Ja, ja. Ihr schon wieder da? Sollt ihr am Strand? Ja. Ja, wir sind am Beach, Alter. Okay, Mann. Am Best-Buschi, Venice Beach hier. Hier sind die hotten Bronzis. Ja. Lauf, Marionette. Boah, ich treffe unsere eigene Heli. Okay, ich drehe ein. Ich drehe ein, ich drehe ein, Freunde. Ich drehe ein. Wo ist der Curry denn? Wollen wir Curry abschießen, oder? Das ist der Curry, Alter. Ja, möchte ich nicht abschießen. Ja, Alter, weißt du, der Bronzer, der kriegt nix auf die Kettern. Schau dir mal ein bisschen entgegenkommt, ne? Ja, ja, genau. Da wurde ich da abgeschossen von solchen. Mann, wir kriegen es wieder nicht gemacht. Wir rudern hier wieder acht Minuten rum. Wo ist der Curry denn? Mann, das kann doch nicht wahr sein. Guckt mal hinter euch, ihr Noobs. Oh, hey. Da kommt der, da kommt der, da kommt der, da kommt der, da auf, Mann. Alter, was macht der denn? Boah. Der ist doch zu lupatisch. Wo müssen wir hin? Wo muss ich denn jetzt landen? Du musst hier landen am Strand, Alter. Ey, knabbe. Ey, knabbe, denn hier die Polizeiliecopter ab, komm. Ja, wir müssen uns gegenseitig unterstützen, ne? Okay, ich dreh ein, Mann. Ich dreh ein, WUHU. Ich hätte so Bock hat Curry abzuschließen, ne? Ich freu ja auch, ey, Tobi. Ey, das wär so schön Mann, Tobi. Komm, leiden den Ding hier, Alter. Lasst es sein, es geht los. Schaut euch lieber ein wunderbarer Kumpsl von uns, Alter, knabbe den Polizeiliecopter an, Tobi, oh Gott, direkt vor uns. Okay, Bronzer halt' ich fest. Curryiii. Tango down. Bronzer, ich schwebe neben dir, Mann. Nice. Tango down, Freunde, Tango down. Ja, nice. Jetzt fliegen wir zusammen darüber, oder was, Curry? Jetzt mach ich ihn glatt, Alter. Jetzt mach ich ihn glatt. Okay, los, einsteigen. Hey, wo fährt der Bronze denn? Jetzt mit dem Motorrad rum, Alter. Scheint doch in die Kiste hin. Bronze, hast du schwer, ne? Elikopter! Komm, Bronze, komm! Helikopter, Alter! Den Horns! Den Horns! Den Horns! Volle, Volle! Volle, Volle! Volle, Volle! Volle, Volle, Volle! Go, Go, Go! Fliegt der Start, Freunde! Da kommt noch einer! Boah, Alter, wie das aussieht, ey! Ja, wie gut geht, Mann! Boah! Da beginnt der Krieg schon jetzt, schon heute. Jungs, Mission Vogel of Town ist erfolgreich abgeschossen. Vogel of Town, okay. Auf Town, Mann! So. Ja, das ist übrigens aus Dennis Englisch. Auf Town. Ab Town, gell? Okay, was machen wir jetzt genau? Was ist der Plan? Springen wir raus, oder was? Wir landen den Heli im Hangar, und dann steigen wir aus. Ja, okay, ich lande den Titan im Hangar. Lande den Titan im Hangar, wenn wir mit dem Heli drin sind. Nein, wir sind Ablenkungsmanöver, Freunde. Okay, wir räumen jetzt die Militärwaffe. Okay, von der Hand in Hand. Ich sag, wir kommen schon mit 5 Sternen dahin. Ich sag, wir überleben keine 30 Sekunden. Ja, ihr könnt ja erstmal einen Kommentar schreiben, wie lange überleben wir. Das macht der Dennis ja noch mal in solchen Chat-Spiele. Das ist ein Problem, ist nur die meisten Flunkern. Schaut sich dann genau die Minuten an, von wann wir überlebt haben. Und dann verraten dann alles. Ich weiß natürlich, wie lange ihr... Ich war nicht gut getippt. Okay, Ben, ich sag dir einiges. Wir müssen unseren Titan aufgeben. Scheiße, Mann, wieso das denn? Wir müssen uns abschneiden. Und dann müssen wir die Luke auftreten. Geiler. Triebwerk fällt aus. Okay, Leute, hört mal zu. Ist wichtig jetzt. Wir müssen jetzt gleich rausjumpen, okay? Wir dürfen nicht landen, weil die zerstören uns sofort. Okay, in welchen Hangar? Ähm, in der das... Ganz geradeaus, in der das... Kampfstätte immer... In der eine Kampfstätte immer schreit. Weißt du, was ich nicht mein? Ja, 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 ja. Weißt du? Ben, siehst du das Bronzeln? Ben, Ben. Spai Manis. Ey, Walle, kennst du eigentlich den Spai Manis? Was ist denn jetzt los? Aber jetzt konzentriere dich mal lieber auf dieses unglaubliche Gefecht. Okay. Warte, ich... So, Leute, ich entsichere den Zeichen. Was ist denn den da hinten? 3, 2, 1, raus, 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 raus. Nein, nein, nein. Nicht du raus, Ben. Nicht du raus jetzt. Wow. Oh mein Gott. Alter! Nein! Einsatz, Ben! Einsatz, Ben! Einsatz! Alter, ich bin tot. Ich bin mitten auf der Basis. Alter, was war denn da los wieder? Bitteschön. Ich auch, geil. Wo ist der Hunger? Walle hat mich getötet, was da los ist. Was? Du hast mich getötet, du Drecksack. Du hast mich getötet? Du warst einfach im AFK, ja, ja. Ich bin im Hangar, Mann. Hast du gesehen, was da passiert ist? Ja, ich auch. Ich komme. Wo kommst du denn her? Boah. Samus und Benny sind auch am Start. Konzentriert euch, Soldaten. Wir kämpfen uns durch. Okay, Jungs, kommt rein hier. Okay. Oh, ich werde getroffen von hinten. Okay, Dennis, Hand in Hand. Okay, cool. Weiter. Schnell rein. Weiter, weiter. Wir brauchen Deckung. Oh Gott, Panzer! No! Ey, der Spawns hat uns in den Pattern. Ey, nice. Ey, so lange immer noch. Alter! Ich spawn und bin tot? Ich komme schon, Freunde, ich komme schon. Boah, der Panzer. Was war denn da los? Der Panzer, ey, begrüße Sie! Mein Gott. Wo ist der denn? Panzer vor dem Eskalieren, ey. Panzer, Panzer! Alter, das lief ja schon mal richtig scheiße. Okay, Freunde. Den Tide müssen wir zerstören. Batz! Alter, ich hole mir einen Panzer, ey. Ey! Bam! Jetzt rollen wir mal auf hier. Oh nein, das ist noch ein Panzer. Oh nein. Chawabanga! Panzer, Panzer! Wir brauchen wegen so ein Panzer. Kann man den zerstören? Alter! Wir müssen den töten! Wir müssen den töten! Wir müssen den töten! Haben wir, haben wir, haben wir! Alter, 12.000 Panzer, Mann! Boah, Silvesterfeuerwerk, oder was? God bless America! Boah! Ich bin tot! Boah, der Panzer ist ja kaputt! Ist ja... Ist ja kaputt, ey! Oh Gott, du Scheiße! Okay, Sarata ist da! Hallo, Sarata! Oh, das ist... Aber das ist neu, ne? Ah, der Panzer ist weg! Nein! Alter, Benni! Ey, das ist neu, dass man in der Military Base spawnt, ne? Ja, ich hab das dumme Gefühl! Boah! Oh Gott, das... Was soll ich damit tun? Alter, Benni, was machst du denn da, Mann? Mit Feuerwerk! Mit Feuerwerk! Seid ihr noch im Hangar drin? Okay, halt dich fest! Ich komm wieder rein! Ich bin auch außerhalb, Tobi! Ey, guck mal hier drüben! Tobi, Mann! Geil, Alter! Komm, wir gehen dahinten! Komm her, soll ich mir was zeigen, ey? Jetzt halt mal! Mama, komm! Ich komm jetzt in den Hangar rein! Ey, Tobi, können wir das hier nicht ausspringen? Guck mal! Okay, ich hab ein Problem! Leute, Hilfe! Wer ist bei mir hier? Wir können da hinten rein, Tobi, komm! Ich bin bei dir! Yo, Benni, hilf mir! Alter! Benni, guck mal! Was sollen wir tun? Alter, nein! Hier, guck mal, Benni! Ja, ich muss da weg! Oh mein Gott! Michael Prey Production! Was ist mit dem Curry wieder los, Alter? Ey, seid ihr da drin gespawnt, auch alle? Benni? Hä? Nein! Bist du draußen gespawnt? Aua! Ey, wir schießen da, wozu ich! Benni, wir müssen Panzer klauen! Da! Schick den da! Schick den da! Da fährst du! Ich komm mal! Boah! Hinter dir, Saratza! Boah! Ja, ich merk das hinter mir! Alter, Benni klaut sich nen Panzer! Ja, Mann! Jungs, ich kann euch holen! Sprekt ihn! Tobi rennt erstmal hier in den Zaun, Alter! Ja, ich bin da! Benni! Benni! Oh Mann, Benni! Was ist mit diesem Panzer los? Warum schießt der nicht? Alter, du hast uns einfach alle überrollt, Benni! Hier! Wer fährt da vorne im Auto? Oh mein Gott, Tobi, wie lass uns hier rein! Alter, was macht der Panzer? Der überrollt die eigenen Soldaten! Tobi, lass uns hier rein! Oh mein Gott! Alter! Nee! Boah, Alter! Benni, was machst du? Das geht gar nicht! Ich überfahre die! Ähm, Benni, kannst du mal kurz draußen zum Tor kommen und den Tobi und mir die Tür aufmachen? Das ist ja nett! Benni, Alter! Wie soll ich euch die Tür öffnen? Komm einfach mit dem Panzer dahin! Der kann ja nicht schießen! Ja, der kann nicht mehr schießen mit dem Panzer! Vorsicht, Granaten! Granaten! Achtung! Ja, Panzer habe ich noch erwischt, aber ich bin auch selber drauf gegangen bei der Nummer! Ey, Tobi, ich bin drin, Mann! Scheiße! Boah, ihr Schweine! Okay, go, go, go! Oh, ich habe einen Panzer! Ich habe einen Panzer! Hilfe! Hilfe! Ich fahre! Wie? Ich war in einem Panzer! Sag mal, abseits! Spaß beiseite! Die Challenger haben wir verkackt, oder? Wieso? Nein, wir leben doch noch! Ja, wir leben doch noch! Noch hundertmal gestorben zwischen euch! Boah, Alter! Okay, komm, wir gehen alle in den Hangar jetzt! Ich bin in die Raketen reingefahren! Schlafen wir niemals! Ey, ist das Benny sein Panzer? Ne, never ever! Ja, ich räume hier auf! Ne, reicht mir! Dann kriegen wir nicht hin! Die Challenger war verkackt! Nein, wir leben doch noch! Wir sind im Hangar drin! Mein Jet! Also, die Challenge hat noch nicht angefangen! Fängt die erst an, wenn wir da drinne sind, oder was? Ja, das wäre... Warum fällt der Benny eigentlich... Okay, dann probieren wir mal, wie lange wir... Ja, das machen wir auch so! Weil sonst haben wir ja echt wieder nur Schrott hier! Dennis ist kam mit seinem Arsch gegen mich geflogen! Dann nimmt er jetzt mal die Karre mit, ey! Der Benny fährt einfach die ganze Zeit, du ist Bild so, weißt du! Geil! Okay, seid ihr alle drinne? Ne, ich noch nicht! Ich bin auf dem Weg! Ich bin tot! Dann probiert mal irgendwie alle in den Hangar zu kommen! Der Benny schützt uns erstmal! Ich bin im Hangar gespawnt, Alter! Wie geil ist das denn, Mann? Alle drin, dann! Ey, wie kann ich in die Deckung gehen, Mann? Tobi, bist du auch dabei? Tobi, Kuh! Ach ja! Ja, ich bin auch hier, ja! Im Hangar! Yeah! Super, alle im Hangar! Okay, geht los jetzt, ja? Ne, der Curry ist gestochen! Alter, ich bin im Hangar, aber ich bin außerhalb des Hangars! Okay, komm, stell rein! Alter, ich bin im Hangar, ich bin außerhalb des Hangars! Da kommt einer rein, ey! Was läuft denn jetzt hier? Doch nicht! Okay, jetzt können wir dann triggern, auf jeden Fall, wie lange wir brauchen! Komm, der Curry reint einfach rein! Oh, es geht los da draußen! Ich fight einfach von oben! Okay, beginn! Jetzt! Ich bin tot! Boah! Oh, Gott! Oh, boah! Oh, boah! Das ist doch zu geil! Was geht hier ab, Alter? Ich muss den Panzer mal stehen lassen, das ist unfair oder? Nee, mach mich mit Panzer! Ist auch nicht unfair! Wenn die Panzer haben... Boah! Oh, gut, die haben auch Panzer, ne? So feiert übrigens Major mal Silvestre! Oh ok, da bin ich mir schon... Hey, was? Denis? O Dennis, ey! Dennis was verfallen! Okay Jungs, ich komme! Benni, du bist immer in die Granaten reingerant, tut mir leid Benni! Mit meinem Panzer bin ich da reingerannt. Ach krass, hab ich dein Panzer zerstört oder was? Ja man, du hast unsere einzige Hoffnung zerstört. Hallo, 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 ich bin freundlich. Hey, wer kommt denn da reingefahren, Alter? Hey Curry, wie geht's? Weißt du, Hauptsache ich komme reingefahren, alle schießen auf mich. Hat eigentlich mal wer auf die Uhr flucht, wie viele Minuten wir jetzt schon schaffen? Was ist der Ernst? Alter, was bist du denn für ein Pisser? Drei Panzer von links, vier Minuten noch. Alter, der erballert mich einfach ab. Komm Curry, war ein bisschen lustig. Ja, war ein bisschen lustig. Alter, ich gönn mir jetzt ein Jet und dann rette ich euch. Hallo Tobi. Hallo Sarazin, äh Zahn. Sarazahn. Sarazahn sind tatsächlich viele Leute. Bist du nicht Sarazahn? Kann ich auch, wenn ich vorgebrauchen, ja. Sarazahn. Bist du nicht Sarazahn? 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 Oh, je t'aime, sie so schön. Bist du nicht so richtig, Sarazahn? Sarazahn. Oh, ja, CZ, wunderbar, Sarazahn. Oh, Sarazahn. Oh, Sarazahn. Oh, Sarazahn. Oh, Sarazahn. Okay, ich bin hier total gut in Deckung. Sarazahn, sie als erstes. Hier, Schweine. Fresst Blei. Oh, nois, hau weg die Scheiße. Fresst Blei, ihr Neuklicke. Also, der Benni ist eigentlich tot, ne? Aber der darf weiter mitspielen, ne? Fuck, ich werde jetzt wieder sterben. Geil, ich bin schon wieder tot, Mann. Wir kämpfen, bis der letzte tot ist, oder was? Den BN Mafu ist eigentlich auch raus, ne? Ich lebe aber wieder. Ey, wieso? Was hab ich denn gemacht? Du hast ja nur den Benni getötet. Ja, aber das war... Ja, der Benni, das war... Aber Benni, komm, du hast ein zweites Leben, Benni. Sind wir aber nicht so. Okay, Benni, komm. Alter, überall liegen verletzte Freunde. Komm, Benni. Wir schaffen das erstaunlich lange. Also, das ist schnell erstaunlich. Ne. Nooo. Schnell, 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 schnell. Okay, Benni, jetzt hast du Pech gehabt. Ja, ich bin noch nicht mal drinnen gewesen. Wo bist du denn drin gewesen? Das ist jetzt what she said. Ey, komm, der Curry ist so richtig ausrastet wie so'n Marvin, weißt du? Maff, maff. Weißt du, Tobi? Kennst du den Maff, maff, Tobi? Na klar, Alter. Rechte Seite, rechte Seite, Freunde, rechte Seite. Lass sie uns versorieren. Hey, Benni, hinter dir. Benni, hinter mir. Hinter mir, was ist hinter mir? Ich bin hinter dir. Was ist da? Ah, hallo. Boah! Okay, Benni, ich bin raus. Du musst jetzt die Leute ablenken. Mich hat's erwischt, Leute. Scheiße, Leute, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Oh Gott, ich bin da ja auch drauf. Nein, Benni, mach doch weiter so. Ich muss schnell in Deco rushen. Ich muss schnell in Deco rushen. Ich bin durch die Luft geflogen. Komm schon. Rein in den Jet. Ja. Okay, jetzt wird's interessant. Oh, ich bin hier drin gespawnt. Praktisch. Oh nein, Panzer. Der Panzer steht bei dir vor der Tür, Curry. Scheiß drauf, Mann. Ich... Pfff. Hast du gesehen, Curry? Ja, ich lebe. Ja, ich hab den Jet. Ich hab da die Kugel. Dreck's an, Mann. Nein, ich hab keine Moni mehr, fuck. Ey, Curry, das musst du mir aber... Oh nein. Ja. Warte, ich hab den Panzer steht. Stopp, stopp, stopp. Nein, wir holen ihn uns. Okay, Jungs, ich hab nen Jet. Ich komm jetzt als Unterstützung. Boah, Benni, was macht der denn? Nein, der ist gut. Boah. Wir haben's verkackt. Schade, ey. Leute, ich komm jetzt. Tobi ist auch down. Ja. Also, ich lebe noch, tatsächlich. Das hab ich für Gerüchte, ey. Ey, dein Porn ist doch nicht in die Letzten, dann, ne? Ich, ich unterstütze euch, Freunde. Ich unterstütze euch. Zack. Boah. Ich werfe da mal ein Granätchen. Achtung, fliegt ein Granätchen. Wow. So effizient. Oh, fuck, 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 fuck. Boah. Alter, was geht hier ab? Ich bin tot, Mann. Ich bin am Anfang ultra aufgestorben. Wenn du dich da draußen irgendwie aufhältst, ist es vorbei. Vor allem so ein Panzer, weißt du, der zielt dir ins Gesicht und springt dich weg, ey. Was? Wie bei Gaddafi damals, Alter, ganz ehrlich. Gaddafi. Gaddafi. Was darf die? Gaddafi. Boah, nein, nein, Fehler, 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 Fehler. Okay, der ist da. Okay, Freunde. Oh, Mann, das scheiß Ding an, Alter. Unterstützung, Mann. Unterstützung naht. Dennis, hör, lass den Scheiß, Mann. Fahr, Tobi, komm, go. Fahr, Tobi. Yo, fahr, Tobi, Mann. Yo, Tobi. Nice, Mann, nice. Yo. Wie starte ich hier? Ich hab noch nie auf Bezug. Hoch, Tobi, hoch. Alter, der fährt da nach Trollfeld entlang. Ja, wofür? Wir sind doch nicht geflogen. Ich hau jetzt auch ab. Der Tobi trifft da mal das Flugfeld, Alter. Leute, Unterstützung. Boah, ist das tot. Ich seh, du... Weißt du, der Tobi bringt mich um und dann seh ich so, wie der einfach durchs Bild fährt, oder was? Ich bin gelandet. Ey, Tobi, nicht komm. Ne, ich komm noch dazu. Komm doch rauf, Tobi, komm. Hä, wo kommt der Maik auf einmal her? Nein, spring drauf, Tobi. Nein, ich geh gleich down. Ich geh gleich down. Ich geh gleich down. Ich muss mich irgendwo verstecken. Tschüss, Tobi. Ich lenke alle ab. Ich lenke alle ab. Hallo. Ich töte Maik jetzt. Wie so ein Arsch noch bin ich nicht. Hä, bei mir steht die ganze Bronze, der ist gestorben, obwohl der noch hier steht. Ja, ich bin grad gestorben. Ab in den Panzer. Ja, und drin gespawnt. Ah, okay. Drin. Okay, ey. Okay, ich bin im Panzer, Freunde. Jetzt ist alles vorbei, Mann. Putz. Der Luftraum gehört noch mir, Benni. Hä, was ist das denn? Oh mein Gott. Hier ist voll der Kampf. Nein. Ja, Benni. Da sind aber noch genug andere. Was wollt ihr, Mann? Wer will sich den Saratzer holen, hä? Wer will sich den Saratzer holen, Mann? Wo ist der Saratzer? Ich brenne. Das sieht so nice aus, Alter. So, jetzt machen wir nämlich Panzerunterstützung, Freunde. Komm, fip, fip, fip. Zack. Der liegt am Boden. Boah. Boah, Alter. Der steht wieder auf. Bam. Sehr schön. Bam. Oh, die Stabbank gefallen. Sehr schön. Wer will Stress machen, ne? Ja, Mann. Das gefällt mir. Und beim Explosion, ich mach noch einen schönen Screenshot. Boah, Alter. Boah. Was ist das? Alter Schwede. Was war das denn denn? Ich bin hier im Hangar hängen geblieben, ich weiß auch nicht warum. Boah, da hab ich ein geiles Bild gemacht gerade, zufälligerweise. Hier ist Action, ey. Das gibt's gar nicht, ey. Hier ist Action, du. Kommt her, Freunde. Oh, Vorsicht, ich werd von der Linken... Ah, Alter, bin ich bei einer draufgegangen. Also, ich lebe ja immer noch. Bin noch nicht gestorben, ne? Ja, ja, noch sind wir gut, ey. Echt nicht? Komm mal her, du. Also, 10.000 Mal vorher, aber jetzt grad wir in der Challenge noch nicht. Boah, fuck. Der Panzer heißt Geschichte, Freunde. Ja, richtig krasser VIP, Alter. Harter VIP. Okay, ich bin im Hangar drin. Ich werd nix sagen. Das V in VIP steht natürlich für Walle. Ey, Tobi, das meinst du? Walle, important person. Weißt du? Ja. Ey, wer steht noch hier draus? Jo, Ben, ich flieg mit, ey. Ja, egal, ey. Komm rein, ey. Ja, hier, ich steh hinten an der... Vorsicht, erleg dich erstmal an diese schnicken Boys. Okay, flieg, Alter. Jammer! Go, go, go! Jaaa! Wuhuu! Was habt ihr denn? Was habt ihr denn? Aufgerollt. Der fährt einfach da rein. Es war ein nicer Move. Es war ein nicer Move, lieber, ja. Oh, scheiße, Mann, ey. Kamikaze vom Dienst, ne? Ihr müsst A, W, A, S, D und die Tasten 5, 4 und... Nein, auch nicht mein Schütter, Alter. Ach sooo. Ja, ich wusste das auch nicht. Aber der Tobi war der Beste. Ich seh nur so mein Bild. Ja, der ist sein Ernst war, dass ich GTA-PC schließe. Wie der so durchs Bild driftet, ey. Tobi, bester Mann. Okay, Jungs, komm, weiter geht's, weiter geht's. Sarazahn beschützen. Das ist der Job all des Bodyguard hier. Okay. Wir haben die Challenge eigentlich schon längst geschafft, oder? Ja, ich wollt grad sagen, ne? So fünf Minuten haben wir durchgehalten. Würde ich aber auch noch halten, ne? Ja, glaub ich auch. Ah, Tobi, du Schwein. Ey, du bist voll der, ey, Alter. Jetzt müssen wir noch hier rauskommen. Ich wollt grad noch vorstellen, mal gucken, wie lange wir aushalten, wenn wir jetzt rausrennen und so. Weißt du, die Challenge so ein bisschen spezifizieren. Spezifizieren? Ich gib dir gleich. Muss man grad was trinken. Ja? Vor Schock. Ey, Tobi, find ich nicht gut, ey. Finde ich nicht gut, ey. Bin jetzt ein bisschen enttäuscht von dir. Ich gib dir gleich. Also die Folge war ja gar nix, ey. War ja echt. Machen wir noch neue, ey. Machen wir noch mal eine, irgendwann in zwei Wochen. Ich leg ein paar Eier in der Zeit. Alter, was war das denn, Ben? Was macht die? Ey, was passiert hier, Mann? Was ist denn los? Was war das? Ich hab' ein paar Eier gelegt. Ich hab' ein paar Eier gelegt. Alter, was für Eier? Wie geil war das denn? Ja, Eier natürlich. Woaaah! Was hast du gemacht, Curry? Ich hab' auch Eier gelegt. Junge, ich bin über dein Bild gedrifter. Aber gut, bei mir, ich hab' das Ding gelegt. Eier legen macht voll Spaß. Eier legen macht Spaß. Ey, Benni, bleib mal stehen. Ich will kurz ein Bild machen, Benni. Warte mal. Okay. Ey, jetzt reicht's mir mit euch. Geschweine. Alter, Benni! Eier legen. Ja, Freude Ton. Ja, genau. Hallo Benni! Hallo Benni! Ich bin in eine Reihe gerastet. 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 Aber ich töte dich nicht, komm. Ey, du bist doch bei mir im Team. Du bist doch mein Freund. Alter! Boah! Dennis, du wisse allein! Jetzt reicht's! Dennis hat die Reihe getötet. Nein! Boah, jetzt reicht's ey, jetzt reicht's. Das kann den Tobi gar nicht töten. Ja. Tobi, wo fliegst du denn hin? Tobi, du bist mein Broman. Dich töte ich nicht. Kannst du ja auch gar nicht. Ich gehör zu dir. Dennis, komm mal nochmal hier rein, du Pussy. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Heidel-Traub-Modus ist activated immer. Komm, Pussy, komm! Ja, wo bist du Curry? Roll hier rein mit deinem Panzer. Komm, Pussy in den Hangar. Mit deinem Panzer. Komm, ich rein mit dem Panzer. Komm rein in dein Panzerrohr. Okay, wo bist du Curry? Ja, komm doch. Halt sie denn hier im Panzerrohr. Der war gut. Junge. Wo denn Curry? Steig hier rein, Freunde! Da war ich Curry! Wuuuuhuuu! Das sind die gleiche Verhältnisse. Wie lange braucht der denn hier einmal, um die Karre anzumachen, der Vogel? Nein! Jo, ich spreng mal auf! Warte, ich spreng auf! Ich hole mir jetzt nen Jet und dann hole ich mir den Panzer damit. Dennis, Alter, was passt zu dem? Junge. Wenn ich im Panzer bin, vergesse ich alles, ey. Ich kann gerade draufklettern, weißt du, und der fliegt mal mit. Gebt mir auch mal den Panzer, ey. Ey, ich spreng mir mal hier den Zaun auf, Alter. Ich glaub's doch mal selbst nicht. Der Curry kippt mich so gut. Ey, nein! Der Lannertal! Geil, der Curry, Curry ist der beste Mann. Nein, nein, nein. Curry, wir müssen was machen. Ey, du hast dich eben umgebracht, ne? Ja, warte, ich mach was. Was ist der Scheiß, Alter? Nein, was soll der Scheiß? Hier, Benni. Das langt doch nicht. Benni. Jetzt kann ich's mehr langsam! Trenn's mehr langsam! Ich kann mir nichts vernünftiges mehr machen. Wer rennt denn da vorne? Mann! 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 Balle! Knotze! Alter, der hat dir Eier gelegt, Mann! Mann! Ich komm da nicht mehr rein! Ey, was willst du von mir, Ben? Boah! Was? Ich rede mit keinem mehr von euch! Ich dachte, ich kann nur die Zaun schießen. Oh, schön hier. Unser Team ist raus! Warte, wir sprengen das Ding raus, Mann! Ja, unser Team ist echt ein. Ich hab keine Ecken vor, Alter, was soll die Scheiße! Was wollen die alle von mir? Wie er hingewichtet wurde! Stürm, du Drecksau! Stürm! 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 Ich hau auch noch drauf hier! Sag ich doch! Ich hau! Da machst du mit, Tori, ne? Wenn du dein Mentor verpiegelst, ne? Ey, was willst du denn jetzt? Lass die Scheiße sein, du Pico! Du Pico! Wie wir uns nicht schaden können! Meine Fresse! Wer schießt da? Der Tobi! Der Tobi, die Drecksmutter! Der Tobi! Ey, bring den Tobi um, Leibwächter! Bringt ihn um! Ja, Tobi, Mann! Wir haben die Welt regiert hier, Tobi! Ja, gerade du, du wurdest grad ins Gesicht geschossen und dann lagst du am Boden und wir sind auf deinem Kopf rumgetrampelt, Dennis! Ey, Tobi und ich! Der Tobi ist mein Leibwächter, Mann! Der hat mein Leben gerettet! Ohohoho! Ich drehe den hier! Hey, Tobi! Perl mal vor, wir töten! Ja, leg du dich mal nieder, Dennis hier! Ich kann nicht aufstehen! Hier, du kriegst noch einen auf die Fresse! Ich kann nicht aufstehen! Ja, stirb du da, exakt! Ey, guck mal, der tritt einem Toten ins Gesicht, ne? Tobi! Ey, was? 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 Was macht der Torhüter? Was soll die denn? Ey, ich entschuldige mich hier in dieser Folge für diese unglaublich Low-Bob-Challenge, die nix geworden ist. Dafür ging alles wieder in Chaos über, aber hey, wir hatten kurzzeitig mal Spaß. So für zwei Minuten. Ich fand's cool! Ich fand's auch lustig! Denny! Was? Wie ich dann die spezifizierte Challenge noch kaputt gemacht hab. Ja, ja, ich seh. Hätte man sich aus und weiß, man ist ausgedacht. Wie er da so flattern ist. Wollen wir, der Ball immer noch nachtritt, die Dreck so, weißt du? Ne, das war ich gerade nicht, das war ich gerade nicht. Ja, da hab ich doch gesehen. Muss zurücknehmen, muss zurücknehmen, ne? Komm! Wir holst den Tobi! Ja, war nichts, Tobi, ne? Schnapp den euch, ihr Bastard! Hey, Flupsi! Und nochmal Flupsi, hey! Ja, Mann! Den haben wir perforiert, ne? Wir hätten rennt jetzt kleine Wiesel! Komm, heute Dennis da! Das kleine Wiesel! 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 Ja, können wir mit Leibnächter machen, ne? Boah, ja, geile Idee, könnten wir in der nächsten Folge vielleicht kommen. Nein! Ey, was soll der Scheiße? Ey, ich durfte gerade die Saza abmöpst und dann ruft mich der Lester an, Alter! Stürb! Wow, Tobi, Tobi! Stürb! 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 Oh Mann, ey, es reicht, glaube ich, für diese Folge. Jedes Spiel wieder viel zu lange. Für meinen Geschmack, Alter. Ey, Pern mal früher, warum schießt ihr auf mich? Okay, wir sind alle tot. Boah, Alter! Ich hab dir noch in deinen Face gehittet, Alter! Wir machen alle Frieden jetzt! Okay, komm, wir treffen uns, machen alle Frieden! Lass mal in den Pool gehen! Okay, komm, wir treffen uns! In die Kläranlage! In die Kläranlage! Kennst du die Kläranlage? Wannst du wieder? Was tust du denn? Ist reiner, Wahnsinn! Okay, lass uns hier alle treffen! Um zufriedlichst! Boah, Alter! Mein ganzes Sacko ist voller Scheiße! Boah! Boah! Okay, lass uns alle in die Mitte treffen kommen! Ih, Walle, wie siehst du denn aus? Mein ganzes Outfit ist beschissen! Ich auch! Boah, ihr seid voller Kacke! Okay, wir werden weggesprengt in drei, zwei, drei... Boah, Alter! Ihr seid voll beschissen! Nein! Lass alle so ein schönes Abschlussbild machen! Oh ja, komm, noch ein Thumbnail! Ja, ja, Dennis! Schönes Abschlussbild, ne? Da kommt der wieder an! Ja! Ja, klar! Boah, Dennis, ey! Ey, Bronzi, was war das gerade? Boah! Boah! Ich würd' sagen, das war's von dieser Episode von Let's Bay GTA! Ein Trauerspiel, wie immer! Ich frag mich, warum ihr das überhaupt noch schaut! Also, kann ich aber nicht angehen, ey! Und wer da keinen Daumen runter gibt, da weiß ich aber auch nicht mehr! Boah, warte noch mal! Aber nur bei den anderen, bitte nicht bei mir! Ja, genau! So! Das war doch schön! Ja, genau! Warte Hammer! Tote Menschen, geil! Das ist doch schön, du! Das ist doch einfach nur schön! Ich hab tote Menschen gesehen! Macht's gut! Macht's gut! Boys und Girls! Ciao! Oh, was war das denn, Benni? Ey, lang lebe die Haftbombe! Mach's gut! Guck mal hier, kennst du den? Komm mal los! Tai Chi, Alter! Tai Chi! Tai Chi Style! Oh! Tai Chi! Tai Chi! Warte, nicht treffen! Nicht treffen! Aber, was machst du? Ich mach doch Tai Chi aggressiver! Oh! Ich hab mich geschossen! Ich bin tot! Soll ich dir mal zeigen, meine Salzstange hier? Ne, lass mal sein, pack die mal wieder ein, vielleicht kannst du die ja in der nächsten Folge auspacken. In your facecam, Alter. Ja, wir verabschieden uns an dieser Stelle, wünsche euch noch einen superschönen Tag in der nächsten Folge, machen wir dann was Vernünftiges. Allerdings kann es noch ein bisschen dauern, bis die kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen, adiosso! Tschüss! Tschüss!